Mevier, Mevier, ja. Wie heißt der Kerl nochmal? Der Kerl heißt Eneas, sie heißt Mevier. Okay, Eneas, ich gucke nach. Mevier! Eneas! Eneas! Mevier! 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 Für die Männer, Eneas! Mevier! 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 Eneas, sagt das, Frau, die ihr liebt. Ich kann ihn an, Eneas, komm mal so fertig! Eneas, stopp! Ich hab jetzt gesehen! Eneas! Ja! Oh! Das war zwar laut, aber ein lautes Plongkreis zur Rüstung wurde getroffen, nicht der Kämpfer. Eneas, sagt das, Frau, die in die Arena gehört! Eneas, komm, haut zu! A, B, wer zeigt den Treffer an? Eneas ist doch mit der Welt durchgekommen. Du bist ein Tier, Eneas, mach sie fertig! Ja, du plättest sie hier! Wo sind die Gegenstimmen? Da spricht die ganze Wut des kleinen Mannes. Eneas! Mach sie fertig, Eneas! Eneas, hau sie zu schlug! Eneas! Eneas! Beide Kämpfer belauern sich. Du Monster, mach sie fertig! Eneas! Und Mevier blockt den Stich zur Schulter mit ihrer Helmkrempe und sticht Eneas einfach in den Oberkörper. A, B, was ist da los? Eneas! Schieß die Wunden bezahlen, stimmt nicht! Die Schießdrechter wurden bezahlen, das stimmt nicht! Wer sich übrigens fragt, ob es warm ist unter diesen Helden? Oh ja! Eneas, gib dich auf, Junge! Komm! A, Eneas! A, Eneas, Schmerz ist ein Gefühl und Gefühle sind schön! Komm, gib rein, da alle ist! Komm, dann schick dich zu hoch! A, Eneas blockt die Kombination aus und geht zum Oberkörper. Was sagen die Wunschparteichen? Und nochmal anfeuern, den Jungsbräuern. A, Eneas, Junge! A, Eneas, A, Eneas, A, Eneas, A, Eneas! Komm, dann haben wir das schönste Spitze drauf! Genau! Mir wird die Spitze auf die Schulter von Eneas. Was sagen die Schiedsrichter? Und, schick das dran! Also, gib doch mal beides, Jungs und Mädels. Die Wunschparteichen sterben schwer. A, Eneas, es gibt alles! A, EAS! Ja, Eneas, Schmerz, 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 Schmerz. A, Eneas, jetzt reißen Sie die Arme raus! Ja! Ich hoffe, die Kinder können jetzt noch arbeiten. Ah, der Helm rettet Nebja. Und, wir wissen über Reichweite. Sie war gerade so weg vom Schwert des Eneas. A, Eneas, sie kommt doch gar nicht an die Rann. Jetzt gibt doch alles da! Ja, und angetäuscht und in die Brust gestorben. Sehr saure Technik von Eneas. Und wir sehen, Nebja hebt die Hand. Oder den Finger. Das heißt, sie gibt auf.